ok so ich werde die volle bahn geworfen ich weiß nicht mehr wo ich hin wollte eigentlich ursprünglich so ich glaube nach hier das könnte richtig sein ja das sieht sehr gut aus man aber doch noch eins ist da unten ok so wir haben die küste gefunden jetzt die frage wo waren wir gerade wo waren wir gerade das gibt es doch nicht ja jungens dann dürfen wir jetzt erstmal raten rätselraten wo ich gestorben sein könnte weil wir müssen ja erstmal nahe genug rankommen wahrscheinlich damit wir überhaupt sehen können wo das war scheiße das ist jetzt natürlich richtig mies warte mal wenn wir jetzt den schäler kurz aushaben stelle ich mal die sichtweite einfach mal höher machen wir mal auf 12 also es war ja noch richtung dschungel und das war am rand könnte da hinten irgendwo vielleicht sein scheiße das ist doch hochmut kommt vor dem fall das war klar das war so richtig klar dass das was musste passieren es ging einfach zu lange gut nein es gibt es doch nicht scheiße warte mal wenn das das dorf ist dann bin ich noch da so hingelatscht ne so ringsrum ich schau doch mal kurz ob das das gleiche dorf ist nicht dass das ein anderes ist ich bin doch am dorf lang gelaufen oder nicht ich bin doch mal kurz genau gucken wo wir denn welchen weg wieder genommen haben nach da bin ich ja nicht oder hatte ich ein anderes dorf gesehen auf dem rückweg hier ich dachte wir wären ich dachte wir wären irgendwie dann hier lang gelatscht da oben dann so durch ich glaube das war so ne kann das sein oder war das nur auf dem hinweg so das ist beim ersten mal hier lang klatschen und sich alles angucken was hat er noch überlegt reingehüpft, glaube ich, und dachte, da könnten Haie sein. Da waren aber glaube ich keine. Ich weiß aber nicht mal, ob das der Hinweg oder der Rückweg war. Also, nur der erste Weg. Scheitel. Okay. Wir müssen mal nach oben. Höhere Position suchen und das ist natürlich einfach eine höhere Position und hoffen, dass ich diese blöde Säule zu sehen bekomme. Von unserem Grabstein. Okay, jetzt nervt's. Also, hieran kann ich mich noch erinnern, das weiß ich. Die Kühe lassen wir jetzt auch einfach mal kurz am Leben und das ist, eigentlich bräuchten wir sie für das Leder, aber ganz ehrlich, mir ist gerade echt wichtiger, diesen scheiß Grabstein nochmal zu finden. Wenn ich auch überlege, wie weitläufig das Gebiet an sich denn überhaupt ist und wo ich langgelaufen bin, vielleicht. Oder auch nicht. Also, hier, glaube ich, war ich was auch mit dem toten Holz. Oder was anderes. Das geht so nicht. Okay, an dieser Lava-Stelle kann ich mich schon mal nicht erinnern. Da waren wir auch nicht. Wir sind auch nicht mitten durchgelatscht. Die spielen aber gefährlich da. Dann war das doch ein anderes Dorf, wo wir langgelatscht sind. Hm. Dann war das gar nicht das Dorf. Da ist nämlich dieses tote Holz. Da bin ich wirklich dran vorbeigelaufen. Das war nämlich so ein Einzelner da so, ne? Ja, das könnte echt sein. Hier gibt es auch noch ein paar neue Sachen. Das ist natürlich super. Ich hoffe natürlich, dass wir die alten auch finden werden. Hegepflanze. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir jetzt hier gerade noch finden. Was ist das denn? Hier ist es. Okay. Die scheinen hier ganz schön fleißig anzubauen. Das ist natürlich für uns sehr gut. Warum immer hier Gras ist. Zuckerrohr, das wächst doch da eigentlich gar nicht, oder? Ananas. So, Entschuldigung, aber ihr wart einfach im Weg. Süßkartoffeln nochmal. Ach du Kacke, das ist aber echt ein... Das ist echt eine Menge. Eigentlich müssten wir dieses Dorf jetzt erstmal hier komplett durchjagen. Und erstmal natürlich alles mitnehmen. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwie schnell in die Kiste, oder... Bücher herkommen. Die Bücher sind jetzt eigentlich gerade gar nicht so interessant. Später dann ärgert man sich, dass man sie nicht mitgenommen hat. Aber jetzt gerade ist mir das eigentlich ein bisschen, muss ich sagen, egal. Mich ärgert einfach allein schon wegen der... Wegen der Erdnuss. Das ist, glaube ich, so das Hauptproblem. Dass jetzt die Erdnuss weg ist dann. Oder weg sein könnte. Wenn ich das denn nicht wiederfinden sollte. Und das, ey, das weiß ich nicht. Das ist richtig, richtig mies. Weil ich hab echt selten bis jetzt eine Erdnuss gefunden. Okay, hier. Da! Yeah! Wir haben's! Geil! Ey, super. Ich freu mich grad richtig. Jetzt müssen wir dann nur noch lebend ankommen. Und dann irgendwie das Bett auspacken. Am besten gleich sofort. Oder uns in der Erde verbuddeln. Da haben wir erstmal noch ein zweites Dorf gefunden. Das ist nice. Und mit diesen Armornblättern, das gefällt mir hier auch ganz gut. Vielleicht bauen wir hier... Dann können wir die Dorfbewohner immer so ein bisschen belästigen. Können wir den Platz... Aus Platzmangel einfach bei den... Sachen anpflanzen. Anfangs zumindest. Die haben ja auch schon... Ähm... Schönen Boden, ne? Oh, yeah! Wir haben's! So, das Wichtigste. Die Erdnuss. Ähm... Das Bett haben wir da noch stehen, glaube ich, vielleicht. Ich weiß gar nicht, wo das Bett abgeblieben ist. Haben wir da noch zufällig Wolle drin? Nein, haben wir natürlich nicht. Oh Gott! Okay, ich würde sagen an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich buddle mich mal hier noch schnell ein. So, damit ist es aus und dunkel. Und, äh... Wir sehen uns hoffentlich lebendig in der nächsten Folge wieder. Dann sammle ich auch noch schnell den Rest ein. Boah, das mache ich vielleicht dann vorher eben schnell. Obwohl, mir ist eh kein Platz. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin auch. Wieder schauen. Wieder schauen.